Er hat eben noch ein kleines Experiment versucht, ob es hier auch jetzt in Gang klappt, aber nein. Und damit geht es jetzt hier in der nächsten Folge Super Mario World auf in Ludwig's Castle. Okay, mal gucken was uns hier erwartet. Aber definitiv schon mal gefahren. Und enge Plätze. Au. Ich wollte mich gerade drucken. Da ist nichts. Jetzt muss ich da durch. Oh Gott. Hoch, fahr hoch, fahr hoch. Hoch, ich bin nicht dort von. Oh Gott. Renn. Bis sonst. Oh nein. Nein, 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 nein. Fast geschafft. So. Aha. Das war so heilig knapp gerade. Egal. Nochmal rein. So. Okay. Ich bin immer vorsichtig, aber. Die nehme ich mit. Alles klar. Alles klar. Ich hoffe mal hat der Sprung nicht mehr gereicht. Okay. Nächster Versuch. Das ist jetzt gerade mal hier ein bisschen spannend hier. So. Und drin. Die Stachelfalle kann ich euch mal gerne haben, indem ich sie wieder hochfahre. Jetzt kann ich sie wieder runter. Noch nicht so viel. Ein bisschen, ja. Aber auch nicht zu viel in dieser Sachlage. Verhältnis, weil ich da durch muss. Jetzt kann ich gut durchrennen. Renn, 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 renn. Da schaffst du Mario, Mario, Mario. Mario, yes. Ja. Wir werden sonst drauf. Ich sag mal. Nein. Falt gedrückt. So. Quasi einen kleinen Checkpoint. Wie jetzt gerade den Mario Checkpoint hier anlegen. Hier ist doch auch der Checkpoint. Von da ist es ja auch halb so wild. Und dann wird er wieder auf die andere Seite. Autsch. Kletterbatti, der Koopa. Da kommt der eine wieder. Au. So. Ach, hier war ein Power-Up. Nehme ich jetzt mal so mit. Dann werden wir noch auf fairem Niveau bleiben. Und beseitigt. Zuck. Okay. Autsch. Ah, hier. Erwischt. Autsch. So. Und hier ist nichts. Uh. Ah. Haha. Okay. 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 Rechne schon damit. Huch. So. Zack. Jetzt hilft einfach nur ein Sprung. So. Ach, toll. Das war nicht geplant. Das war nicht geplant. Okay. Die muss ich jetzt mal beseitigen müssen. Koopas. So. Ach, der bewegt sich. Oh, warum jetzt? Ah. Okay. Warum das? So. fahren wir einfach mal hier wieder vor der wicht so so das war nicht gebrannt so noch mal wie oft kann man die bitte drauf gehen so mache ich einfach jetzt mal diese richtung so der schwung hat ja wohl das hatte ja wohl funktioniert bis auf das eine witzig kleine teil dass er mich doch noch der stapel der stachel getroffen hat warum hatte ich jetzt stapel gesagt ich wollte stachel sagen ich habe mich da ein bisschen versprochen kann ja mal passieren sollte nicht kann aber was hier so diesmal sind wir nicht geschrumpft gut wo es des kletterns klar ein bisschen freien raum habe ich hier erspringt auch warum springe ich auch noch in dir das feuer von ihm er kommt er kreuz ich gebe so lundweg ist besiegt und wir haben mal eine 100 drei noch verfügbar kurz vor der sieg zeit knapp halt nächstes ziel wald der illusionen jetzt sind wir hier wald der illusion 1 dürfte natürlich auch wieder ein sequel starten aber ich sag mal in der nächsten welt fahren wir auch in der nächsten folge fort ja ich glaube erst mal immer noch mal wissen hier müssen um erst mal vorbereitungsorganisation vielleicht auch noch ein paar wohnen abs so einmal hier so ach hallo josh ja gut eigentlich geht das ja noch mit unserem leben ich sage das jetzt weniger wenig es geht ja das war sicherlich das level wo wir das machen konnten hier mit den abs okay das war jetzt mehr als knapp aber dafür habe ich jetzt wieder ein joshi aber dafür wieder in blau ich hatte einen in blau schon wieder verdrückt ich habe es gerade noch geschafft die feder droppen zu lassen habe aber dafür trotzdem auch noch den pilz gekriegt hier könnte man wahrscheinlich gut one ups fahren ouch wenn man es noch richtig anstellt ich nehme ich mal mit brauche ich auch nicht mehr zu weit vorzustoßen ich muss ja gerade wohl ein bisschen spinnen so ich nehme den mal mit ouch ich nehme den mal mit ouch ich nehme den mal mit ouch 2 3 3 3 ich krieg wonach 39 wonach den klein mag ich also wir haben jetzt katholen echt viel wort ab in diesem level gefahren 39 das sind das viele wohnen und ich weiß zeit knapp aber es hat sich dafür gelohnt jetzt gebe ich mal gas damit ich auch noch nicht drauf gehe und noch ein paar coins sammeln feuer ach scheiße sagt man ja nicht ist aber jetzt warte mal wirklich ein bisschen schief gegangen geschafft 55 sekunden verfügbar von ups gefahren und das level auch noch geschafft also ich kann wirklich sagen hier ist vanilla secret 2 gut ein ganz schön gutes level für one ups so sind wir jetzt von 48 one ups auf 88 one ups gekommen weil wir durch coins noch ein one up dazu gewonnen haben und somit 40 gab gewonnen haben ja zählt ja quasi auch ein coin aber das macht natürlich auch warn ups das ist natürlich auch ein vorteil an der ganzen sache gut ich würde mal damit sagen falls euch dieses video gefallen hat dann lasst dem doch gerne ein like da schaut ruhig noch gerne ein bisschen auf mein kanal vorbei falls auch ich noch meine weiteren projekte also meine weiteren videos und meine weiteren pläne also meine weiteren videos gefallen ich plane was ja wohl jetzt gar nicht warum sage ich das überhaupt und dann lasst den kanal auch noch ein abo da falls ihr euch wirklich für meine inhalte interessiert das müsst ihr ja wissen gut bis zum nächsten mal super mario world hau rein ja ja j ja